So hat man Moritz Bleibtreu, Heike Makatsch, Uwe Ochsenknecht und Katharina Thalbach bisher noch nie gesehen. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Bleib doch bis zum Frühstück, was wir haben, teilen wir mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Sie singen im Film, tanzen sogar. Es ist wirklich ein Event, es ist wie ein Theaterbesuch, es ist wie ein kleiner Besuch im Disneyland. Bunt, lustig, bisschen dramatisch, emotional, großes Kino. Ich war noch niemals in New York, ein Musicalfilm mit lauter Songs des großen Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, je glied durch San Francisco, in Cernes Lünn fliehen. Das Lied, ein Klassiker, immer wieder von Udo Jürgens gesungen. Nach dem Musical zum Song, jetzt der Film. Aus dem Durchschnittsmann, der darüber nachdenkt, sein langweiliges Leben zu ändern, ist nun eine Frau geworden. Gespielt von Katharina Thalbach. Sie verliert ihr Gedächtnis, will nach New York, landet auf einem Kreuzfahrtschiff, von wo ihre Tochter, Heike Makatsch, sie zunächst zurückholen will, dann bleiben muss. Warum, ist an dieser Stelle egal. Um Handlung geht es auch nicht, sondern um bunt, um launig, um ganz viel Musik und ein wenig schräg. Ein echter Gute-Laune-Film und genau das hat Moritz Bleibtreu einfach nur genossen. Gerade in den Genres, in denen ich mich meistens bewege mit den Figuren, die ich spiele, da geht es halt oft um Befindlichkeit und kleine Sachen und was macht die Figur. Und hier ist es halt vor allem mal Strahlen, gute Laune, Musik und einfach gute Laune verbreiten. Und das kann man ja auch, finde ich, momentan irgendwie ganz gut brauchen, im Kino und auch so. Gesungen im Film hatte er bis heute noch nie. Während der Dreharbeiten hatte er davor auch richtig Angst. Uwe Ochsenknecht war hingegen schon als Kind musikalisch unterwegs und kann sich nun so richtig austoben. Nur loswerden konnte er die Udo-Jürgens-Lieder dann auch nach Drehschluss nicht. Egal, ob man den einen oder anderen Song mag oder nicht, die sind nicht, die bleiben hängen. Wir haben jeden Tag Ohrwürmer, es ist furchtbar. Die Ohrwürmer, die beschwingen einen ja auch, also da habe ich jetzt nicht so wirklich viel gegen. Aber die schmerzenden Füße, die behindern einen dann irgendwann bei der Spielfreude. Denn ja, es wird auch getanzt, selbst getanzt und natürlich immer zu den bekannten Liedern von Udo-Jürgens. Das sind wir. Wir, wenn wir nicht mehr anders können, singen wir unsere Gefühle raus. Und das macht so einen verdammten Spaß. Nicht nur die Freude am Leben wird im Film gefunden, sondern auch die große Liebe mit natürlich Gesang, mit Tanz und knitsche knatsche bunt.